ja rollgamer ist jetzt am start dann machen wir danach mit thomas wenn der im teamspeak ist was willst du mir ein airskin kaufen muss ich mal schauen ich spiele ja eigentlich nur so just for fun h1 z1 und ich weiß nicht 20 euro wieder für ein skin ich habe ja für csgo damals schon so viel rausgehauen als habe ich viel geld ich da liegen gelassen aber auch durchs gambeln ok ich würde ja doch links zu dem na gut dann hat sich rechts in preußen und kommen links auch im schweine retter selb ich noch mal kommt das skelett an den turm sehr schön ich verdanke hauptner fan freut mich aber das ist ein tornado habe ich das früher gewusst schaffen es ja die bogeys sollten das schaffen ja ich überlegs mir redpacks wie viel lexier hast du rollt ja wie viel lexier hast du ähm jetzt acht ok ich mach dvd dann ist das schon mal vorne vor allem den packer dann wird er nämlich gewackert ja ähm schau mal äh so noch mit preußen dann sollten wir echt den turm ja nice babydrucker sollte das auch hinbekommen nice perfekt hallo hydropi spiel lune beatdown ja können wir spiel dann auch mal machen aber ich bin halt nicht so der krasse lava lune spiele ja hab ich sie nach hinten gezogen hm ja sehr schön dann kann ich jetzt hier noch die wäscherze einsetzen ja der wäscher kommt gar nicht au doch oder nice dann setze ich hier nochmal den packer ein ja nach der ritter dann können wir hier gleich nochmal eine krasse offene die wir starten eigentlich ähm hast du einen Friedhof im start? jo ja ich komm mit nice ich komm mit dem Schweinereiter auch rein ja den sollten wir nicht gewonnen haben außer sie haben jetzt auch irgendwie eine krasse defense ne ein hit ja perfekt nice hier war der night bug fish hier war der night bug fish ich soll euch mal fragen wie du es schaffst so hoch zu kommen ja he suck ja wie gesagt das können wir machen wenn das genug leute sehen wollen castle chip ich geh allerdings aggressiv mit dem hawk ich geh allerdings aggressiv mit dem hawk mhm ok ein bowler ja ein hit das passt jetzt geh mal die bogenschützen ein nice ich geh jetzt mal links den pecker mhm er geht da nicht zum genau gibt's ja mhm oh ich setz ihn genau in den freeze ey das passiert mir so oft scheiße der pecker ist schon fast down aber gut ich versuch es trotzdem noch mal mit dem hawk weiter ja ich kann auch noch einen hawk ja dann das doppelt hawk spielen ja oh my god oh my god well played fuck das war krass ja ich hör mich fragen wie viel geld hast du schon für clash world ausgegeben ähm 1300 ok hab dir noch antworten soo alter das war ja grad richtig eklig das die gemacht haben ja schon noch ein bisschen besser wie wir das wir keinen doppelt hawk mehr spielen dürfen ja mhm ja woher bautack geht es erstmal an der bogenschützen jetzt hier nochmal links den pecker einfach rein ja im ehemann ist jetzt der spielen beide tornado ja ey oder hm glaub schon also wahrscheinlich hätte der eine nicht durchsacken können glaub ich zumindest ja dann hatte ich jemanden oh Gott glaub ich noch freiwill ja nice Hast du dann Friedhof ready? Äh ich spiel grad Ah du spielst grad Ok Ich zapp das nochmal Ah fuck wenn der jetzt ne Rakete wirft Komm 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 Ja nice Aber P.E.K.K.A. bekommst du jetzt Ja ein Schweine-Ritter-Sau durch Ich glaub die gerade kein Elixier mehr haben, was machen die? Als ob beide einen Disconnect hätten Ja haben auch den GG Nee Faridoo Weißt du ich läuft ja zur Zeit auch auf YouTube Ey ich soll dich auch noch fragen wie alt bist du? Äh 14 14? Ja Ja Wie viele Stunden sorgst du im Tag Royale? Äh wieviel Ja wieviel Hast du dich im Bundesland kommst du? NRW NRW Ja doch ich hab einen M9-Dop oder? Ja Ah jetzt hab ich keinen Polis noch auf der Hand Oh du bist ein Feuerwehr Das passt Ich lauf jetzt kurz voll aber dann treff ich mal die Bonesse Nein Oh nein oder? Ach gut Ich hab Wetter für ewige Ok Ich setze dann rechts den P.E.K.A. ein Jo Ja es gibt Ausnahmen Ehh Legswip Aaaaaaah Guter Friede Ja auch schon Ja auch schon Nahrstandsfarbe Und Ah starker Lightning Mhm Ok Oh gut gedempt Geht noch klar Ja Jetzt haben wir noch eine gute Offensiv eigentlich Und ich setze ein Poison Jo ich mach Hawk Jetzt Ok Die sappen nochmal Dann haben die auch gut gedempt Ja Ja Ok Geht klar Oh der eine Bullschütze Ich komme mal wieder mit einem zweiten Hawk Ja Nice Oh Oh Prince Pain Vielen Dank für den Sub Willkommen der Chef Army Haben die gerade einen Feuerwehr geworfen Ich hab's gar nicht gesehen Ja Lightning haben sie nicht Mhm So So Wann hat er getan? Jetzt mal hier nur Skelette ein Hm Jetzt müssen wir wieder durchkommen Na ich hab Preußenholz Und Feuerball meine ich Ok Das geht schon klar Ok Nice Kannst du das Schweinerreiter schon setzen? Ähm Ja Könnte Ja jetzt wird's zu spät Ok warte hier Richtig mal Jesus Ah er hat Leichen Oh jetzt sitzt Extre Ja ich hab das reicht oder? Ja das reicht Komm Oh ne Oh ich hab vielleicht gesehen dass er 7 HP hatte Oh ich auch nicht Oh ich hab darauf gar nicht geachtet No Ich habe es Oh 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 Okay. Jo, alles klar. Ja, das ist das letzte Match. So, jetzt habe ich noch das LBB-Drache hier. Na gut, dann kriege ich halt hier. Verteidigst du das links? Jo. Der Ofen kommt extrem spät. Nice. Und da rechts richtig guten Schaden hinbekommen. Ich habe Holz. Okay, dann ich mache noch Skeletons. Ja, passt perfekt. Ich will mal links mit dem Packer ein paar setzen. Jo, ich habe ja Rakete auf den Turm. Welches Friedhofdeck ich empfehlen kann? Boah, das ist halt ganz schwer zur Zeit. Die Meta verändert sich halt so krass. Dieses neue Bowler-Friedhofdeck kannst du mal ausprobieren. Aber Arena 8, ich muss mal gucken, welche Karten du hast. Oh, dieser Elektro-Gesat wird alles kaputt. Ja, der Elektro-Magie ist einfach zu krass momentan. Ja, ich habe ja gesehen, wie viel er auf Level 5 tanken kann. Das ist richtig brutal. Oh, der Bogenschütze ging klar. Wir sehen noch einen Päusten ein. Alter, mein Display. Bei mir ist es immer so, wenn man das iPad auflädt, dann spielt das Display immer. Echt? Na gut, aber links reicht die Rakete? Ja, ich habe keine Ahnung warum. Ähm, wenn der Baby... Ach. Ja gut, ich habe ja noch... Du wieder! Alter, was ist mit dem Display los? Nein. Okay, jetzt haben wir ein Problem, weil jetzt eine Rakete weg ist. Jetzt haben wir ein ganz dickes Problem. User left your channel. Scheiße, man. Fail. RIP. Ja, jetzt hätte ich dann die Rakete... Ach nee. Fuck, Alter. Mann. Ah, dieser Display. Das ist so nervig. Ja klar, können wir machen, Hurra. Können wir machen. Schade. Gut, ich gehe jetzt aus an den...